Willkommen zum Cubase AI und LE-Tutorial. Mein Name ist Holger Steinbrink vom Steinberg Training Center Audio Workshop. In diesem Video schließen wir die benötigte MIDI und Audio Hardware an den Rechner an, fahren Cubase hoch und machen einen ersten Test. So, ich zeige jetzt mal, was ich hier für mein Setup habe. Hier ist mein Computer mit Cubase drauf und um im Prinzip die virtuellen Instrumente von Cubase spielen zu können, habe ich ein MIDI-Keyboard an mein Rechner angeschlossen. Das ist ein Yamaha Reface, der hat einen USB-Anschluss und den habe ich mit meinem Rechner verbunden. Hierfür ist keine Treiberinstallation notwendig, weil dieses Gerät vom Rechner sofort erkannt wird und damit auch unter Cubase direkt genutzt werden kann. Achtung, es gibt auch einige MIDI-Master-Keyboards oder MIDI-Keyboards, die muss man mit einem eigenen Treiber im Rechner installieren. Hier bitte die entsprechende Bedienungsanleitung nachlesen. Ja, das ist die erste Sache. Das habe ich gemacht. Dann kommt unser Audio-Interface, weil ich möchte ja Audio-Material über Mikrofone oder Gitarren oder Bässe in meinem Rechner aufnehmen und das Ganze auch wieder abhören über Lautsprecher. Ich habe hier das Steinbeck UR22MK2. Man sieht hier die Vorder- und die Rückseite und das habe ich natürlich auch mit dem USB-Anschluss direkt an meinen Rechner angeschlossen. Achtung, hierfür ist die Installation des mitgelieferten ASIO-Treibers notwendig. Auch hier bitte die entsprechende Dokumentation lesen und dieses Gerät im Vorfeld im Betriebssystem, ob Windows oder Mac, installieren und immer darauf achten, dass man den aktuellsten Treiber hat. So, auch das ist jetzt passiert und jetzt muss ich noch mein entsprechendes Equipment anschließen. Dazu habe ich zwei Lautsprecher, zwei Aktiv-Lautsprecher hier mit einer eigenen Stromversorgung. Die müssen über Klinkenkabel in meinem Fall an mein Interface angeschlossen werden und zwar an den Audio-Ausgang des Interfaces. Den findet man hier auf der Rückseite und da habe ich natürlich diese beiden Lautsprecher dementsprechend rechts-links verkabelt. Ja, jetzt möchte ich noch gerne was aufnehmen. Dazu habe ich mir ein Mikrofon besorgt und dieses Mikrofon schließe ich mit einem geeigneten Mikrofon, einem XLR-Kabel, an der Vorderseite des Interfaces an. Hierfür habe ich einen XLR-Anschluss. Das ist der hier. Da wird das Ganze dann angeschlossenes Mikrofon. Und gleichzeitig habe ich hier noch einen E-Bass stehen, den ich gerne auch spielen möchte. Auch den kann man direkt über ein Klinkenkabel an das Interface anschließen und auch das habe ich gemacht. Das haben wir hier mal im Überblick. So, das ist jetzt mein Setup, mit dem ich arbeiten möchte und das Ganze möchten wir natürlich jetzt ganz kurz in Cubase testen, ob da überhaupt mein Interface erkannt wurde und ob mein MIDI-Keyboard funktioniert. Dafür gehen wir jetzt mal praktisch in Cubase und starten das Programm. Ich habe mir jetzt hier eine Verknüpfung auf meinem Desktop gemacht. Ich arbeite jetzt hier mit einem Apple-Rechner, aber alles, was ich zeige, lässt sich natürlich eins zu eins auch auf einem Windows-PC umsetzen. So, machen wir einen Doppelklick. Das ist jetzt der erste Programmstart von Cubase und der dauert normalerweise meistens etwas länger, weil Cubase bestimmte Sachen noch scannen muss. Hier geht ein ganz wichtiges Fenster auf und zwar, es wurde erkannt, dass ein Audio-Interface auf meinem Rechner installiert worden ist. Das nennt sich ja Steinberg-UR22. Das ist hier in dieser Liste vorhanden und das kann ich jetzt direkt auswählen, um es in Cubase zu nutzen. Ich empfehle auch dieses Fenster her nicht wegzuklicken, sondern immer beim Programmstart von Cubase aktiv lassen. So kann man ganz schnell überprüfen, ob die Audio-Hardware auch erkannt worden ist und in Cubase dann zur Verfügung steht. So, jetzt fährt Cubase hoch. Das ist das erste Bild. Wir gucken uns das natürlich später noch an. Ich möchte jetzt nur ganz schnell einen Test machen. Dazu gehe ich mal auf ein leeres Projekt. Das erkläre ich noch in einem der späteren Videos. Wie das genau funktioniert, gehe auf Erzeugen. Auch das gucken wir uns noch alles genau an. Wichtig ist, funktioniert mein MIDI-Keyboard und funktioniert mein Audio-Interface. Mit dem Audio-Interface teste ich ganz einfach, indem ich einfach mal die Wiedergabe von Cubase hier unten starte. Da sieht man, das läuft los. Und jetzt klicke ich hier unten diesen kleinen Button unten rechts. Das ist das Metronom. Und wenn ich das anklicke, stopp. Wenn man hier einen Klick hört über seine Lautsprecher oder vielleicht einen angeschlossenen Kopfhörer, ist alles okay. In meinem Fall auch. Falls das nicht der Fall ist, sollte man nochmal die Anschlüsse überprüfen bzw. schauen, ob der aktuelle Treiber am Start ist. So, das heißt Audio-Interface wurde erkannt und funktioniert. Und jetzt möchte ich gerne natürlich noch gucken, funktioniert mein MIDI-Keyboard. Dazu kann ich erstmal einen kleinen Blind-Test machen, indem ich einfach mal einige Tasten auf mein MIDI-Keyboard spiele und hier unten im rechten Bereich, im unteren Bereich, diese Anzeige beobachte. Und man sieht hier, leuchtet eine kleine Input-Anzeige auf, die mir anzeigt, hier kommen MIDI-Daten rein. Sollte das nicht der Fall sein, empfehle ich auf jeden Fall, den USB-Anschluss des Keyboards nochmal kurz auszustecken und wieder anzuschließen. Funktioniert es dann immer noch nicht. Bitte mal in der Dokumentation des Keyboards nachlesen, ob man nicht doch einen Treiber installieren muss. Und jetzt machen wir noch einen letzten Test in diesem Video. Ich möchte jetzt gerne ein virtuelles Instrument laden und spielen. Auch das zeige ich nochmal im Detail. Ich klicke auf Plus, um eine sogenannte Instrumentenspur hinzuzufügen. In dieser Instrumentenspur lade ich mir mal den Helion Sonic SE. Auch dazu kommen wir später noch. Mache den auf. Das ist ein virtuelles Instrument innerhalb von Cubase, das auch mitgeliefert wird. Und in diesem Instrument haben wir zahlreiche Sounds drin. Und hier in dieser Liste klicke ich auch direkt mal diesen ersten Sound an. Akustik, Piano. Der wird jetzt geladen. Man sieht das auch hier. Und wenn jetzt mein MIDI-Keyboard richtig funktioniert, davon gehe ich aus, sollte man jetzt... So, wunderbar. Man hat gehört, dass hier ein Pianosound rauskommt. Und damit funktioniert meine angeschlossene MIDI- und Audio-Hardware. Und wir können uns dann natürlich anschauen, wie macht man eine Aufnahme im Bereich MIDI-Audio? Wie bearbeitet man das? Dazu in den späteren Videos mehr. Und nicht vergessen, den Stanberg YouTube-Channel zu abonnieren. Vielen Dank.